Hey Jan, Jan, guck mal, guck mal. Du bist schon ein Vollidiot, ey. Herzlich willkommen beim Reibekuchen Gaming Kanal. Wir haben 100 Abonnenten erreicht, das ist für uns schon ein großer Meilenstein. Und als Dank bekommt ihr ab Heiligabend eine Woche lang jeden Tag ein neues Video von uns. Diesen keine Tipps-Videos, sondern einfache Gameplay-Videos, die wir in volligen Spaß aufgenommen haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß ebenfalls. Vielen Dank und bis bald. Nein. Also gewinnen wir, wir sind einer mehr als die. Taube geortet, ach wirklich. Auf dem Marktplatz in der Mitte, natürlich. Wollt ihr uns alle umbringen? Oh mein Gott, Briten. Max ist fast gekommen. Ein, der, die Taube. Ah, wie geil. Ich habe gerade ohne Spaß blind in den Nebel gefeuert. Jetzt wird mal auf die Gas zu werfen. Wo sind wir denn hier, im Ersten Weltkrieg oder was? Schade. Die haben die gleiche Idee wie ich. Flankieren, flankieren, flankieren. Haha, du musst sehen, wie du wieder gerade vor der Leiter gefallen bist. Was sagt der? Model 10 Jäger? Ja, das ist die brutalste Schrotflinte. Ja, wenn du irgendwann mal die freischalten kannst, schaltet die sofort frei. Wirklich, damit... Der, der, der stand... Ja. Das ist die schlimmste. Der ist aus der Tür rausgekommen, hat einen Schuss abgefeuert und ich lag da. Ich weiß, die ist ein One-Hit-Skill. Ey, Jan. Jan, guck mal. Guck mal. Du bist schon ein Vollidiot, ey. Ja, Taube ist weg. Taube ist weg, alles gut. Darum geht's doch. Mein Manöver hat den Feind verwirrt. Ja, total. Nicht nur den Feind. Guck mal, der hat vor Schiss die Taube fliegen lassen. Ja, ist doch gut. Oh, die Taube ist hier. Wo ist sie? Ich steh doch direkt auf hier. Ah, ich hab die Taube. Nicht mal so weit weg spawnen. Ich auch nicht. Ich warte mal, bis du ein bisschen reingelaufen bist. Teamwork. Das ist Teamwork. Ich bin tot, weil der scheiß Jäger putze schon wieder da steht. Ey, das kann doch nicht sein. Ich auch, ich auch. Ich hab übrigens... Ey, da liegen einfach fünf Leichen auf einem Haus. Ja, du wirst es im Video sehen, was passiert ist. Ich bin ne Bandage. Verdammt, ich war... Ich Idiot. Ich hab auf... Äh... Spawn gedrückt, anstatt auf die Medic zu warten. Ich hab genau das getan, worüber ich mich immer aufrege. Aber es ist die Runde doch lustig. Darum geht's doch. Ja, bist ja essi. Ich liebe es, hier mal die ganzen Häuser wegzusprengen. Du sollst die Taube retten, Mann. Auf die Häuser zu zerstören. Ich hab die Taube damit gerettet. Ach ja, warum haben die die dann? Ich hab keine Taube. Ich bin grad gestorben, weil ich wieder nicht ziehen konnte. Wo sind die? PC-Spieler Probleme. Steht dort und liege hier rum. Versuch noch die Taube zu kriegen. Ich hab weh. Es wird die scheiß Model X-R. Ach so, ja. Auschwaffe, ey. Ich geh noch nicht weg, geh noch nicht weg. Ich hol dich. So, jetzt. Der ist immer noch da, der ist immer noch. Ja, ja. Hinter uns war jetzt ein MP-Schütze. Kannst du mich wieder überleben? Ja, ich bin tot. Ja, ich hab die Taube getroffen, oder du? Keine Ahnung. Ich hab die Taube. Ich hab die Taube. Die Taube. Sie sind tot. Ich laufe. Ich bin tot. Ich komm, ich komm. Nein, die kommen von vorn und von hinten. Die warten nur da drauf. Ja, du hast doch noch 10 Granaten da rein. Die hat doch voll einer Waffel. Tut mir leid, denn ich bin zu doof. Was auch versteht einer? Ich bin zu doof, die richtigen Tassen zu drücken. Ich drücke immer die Gasmaske an. Das ist nicht schlimm. War eh. Bist du tot? Ja. Jetzt bin ich. Natürlich. Doch, ist es. Natürlich ne Model 10, ne? Ja, ja. Was sonst? Ey, warum Messer darf der mich zuerst messern? So. F*** dich und deine S*** Model 10. Sorry für die vulgären Worte. MP19, ey. Handgranate. Scheiße. Ich dachte, er ist überlebt. Wer hat die Taube? Wer hat die Taube? Der hat die. Hör auf rumzurennen, ey. Jetzt geht er noch rum, um Kills zu kriegen. Guckt mein Video, Leute. Macht das nicht. Richtig. Schön verstecken. Er hat die Taube zu losgelassen. Erwischt. Aber weg. Wir haben gewonnen. Geil. Warte. Ach, ich hab ein Berger kein Medic mehr. Warte, muss ich noch ein bisschen Haus zerstören. Ach, schön. Schade. Schade. Ich hab noch einen wiederbelebt. Ich seh's, ja. Egal, Punkte. Punkte, Punkte. Guckt dir mal an, wie oft die Taube aufgehoben wurden. 19 und 14 Mal jeweils. Vorhin waren es nur so vier, fünf Mal höchstens. Das war schön.